Bist du bereit Janik? Ich bin bereit! Bist du bereit Olli? Ja ich bin auch bereit. Willkommen bei den Aufregers! Let's play Hitman Absolution! Wir waren bei der zweiten Mission angekommen und haben schon total verkackt. Wir sind jetzt hier bei einem Hotel. Haben... Janik ist jetzt irgendwie dieses 7. Stockwerk hier sehen wir es in 7. Stockwerk gestolpert. Kann man sagen. Weil der Fahrstuhl irgendwie kaputt ist und jetzt müssen wir die dritten nehmen. Ja und jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben am letzten Part so dermaßen versagt. Er ist jetzt irgendwie in den 7. Stock gekommen. Keiner weiß wie. Aber ja, also auf jeden Fall unsere Kleidung ist irgendwie nicht gut genug um an diesen ganzen Wachen vorbeizukommen. Die... und vor allem wir sind ja in Ganove. Deswegen sehen wir uns jetzt auch schätze ich mal. Und nur die Putzfrauen... Es geht darum, dass wir die Putzfrauen überlisten mussten. Das heißt eine Putzfrau... Weiß nicht, können wir uns als Putzfrau verkleiden? Das ist ja schon geil. Ja, aber das glaube ich eher nicht. Vielleicht... ich habe gerade so eine Idee. Kannst du vielleicht mit einem Pempel irgendwie vielleicht ein Klo zum Fluten bringen, dass eine Putzfrau kommt? Das wäre mal eine geniale Idee. Habe ich dir noch? Ja. So und jetzt? Weiß nicht, ja? Warte, mach mal einen Stink. Vielleicht kannst du irgendwie dann auch sehen... Zielvoll? Äh, nein. Achso, die sehe ich nur durch. Guck mal, dich hier oben. Vielleicht kannst du hier irgendwas auf dem Klo machen. Irgendwas auf dem Klo? Warte mal, ganz kurz. Kann ich hier vielleicht den Wasserhahn aufdrehen? Mach mal ein Stink, dann siehst du, was du machen kannst. Schau das jetzt hier mal an. Immer noch Zielfeuer. Nein, nein. Okay, nein. Gut, also Klo... Aber wenn die Kugel... Was ist hier? Moment. Ich stecke das erstmal wieder weg. Kann ich was mit dem Zeug hier machen? Klopapier, Spülmittel... Spülmittel auch nicht. Okay, gut. Also Klo haben wir nix. Kondome haben wir ja noch. Haben wir schon im letzten... Ich bin letztes Mal gestorben, weil ich eine Broschüre da gelesen habe. Und Gangster können wahrscheinlich nicht lesen und ist halt aufgefallen, dass der lesen kann. Warum? Er hat sich's schon angeguckt. Es hat gereicht. Der Hass interessiert sich dafür. Ist er nicht zu stoppen? Oh fuck. Ach komm, nee. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Komm. Lass mich in Ruhe. Lass mich jetzt... Komm, lass mich jetzt mal in Ruhe. Gibt's hier irgendein stilles Örtchen, wo ich mit dir jetzt hinkern? Aufs Klo? Wo ist grad beim stillen Örtchen? Eigentlich schon. Wo ist die... Restroom, da ist es. Genau. Oh Gott, Zielfeuern... Nein, 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 nein. Lass mich jetzt in Ruhe. Geh in ne Kabine rein am besten, dann kannst du den gleich... Aber Verkleidung ist aufgeflogen. Stopp. Ach stopp. Boah, toll. Der ist selbe Verkleidung wie du. Ja, toll. Super. Das ist auch der gleiche Typ wie nochmal. So. Ah, verkleid ich trotzdem. Vielleicht fällt's ja nicht auf. Ich verkleid mich jetzt trotzdem. Alter, nee, also das ist jetzt aber echt scheiße. Jetzt schießen die auch noch da durch. Verschickst du dich da? Ach gut. Meinst du wirklich, das hilft was? Nö, ein bisschen vielleicht. Jedenfalls kannst du dann von dort aus auf die schießen, wenn die reinkommen. Nehm dich an die Wand. Nehm dich an die Wand. Ja, stimmt. Oh Leute ey, also wirklich, das ist ne Kacke. Ja, nachladen. Nachladen. Auf der Jagd. Auf der Jagd. Die suchen mich jetzt immer noch. Okay, gut. Okay, Moment. Moment, Moment. Wenn die... Ey, den müsst ihr dann platten. Ich hab keine... Also wenn ich ne Silberballer hätte, wäre das alles sehr viel. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Fuck. Was mach ich denn? Hallo. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Was ist denn? Irinsible? Ist er ins Klo gefallen? Was ist denn? Ist ja was anpackt. Mach mal nachladen. Das sind nur noch vier Schlüsse ey. Toll. Kann ich das mitmachen. Ey, ich glaub ich kann sterben gehen. Echt. Boah. Schön spritzen. Schön spritzen. Okay, das nächste muss ein Headshot werden sonst. Oder muss ich mit nem Plömpel. Warte, warte. Lass mich jetzt mal herkommen. Dann machen wir den Kuh fertig. Soeben. Da hat's es eben ergeben. Ja, gut. Das ist ein echt Scheiße, Mann. Ist da jetzt noch einer drin? Ich weiß nicht. Die schießen hier wird blöd, aber... Die schießen überall rum. Scheiße. Ja, geil. Ach, da ist noch einer. So. Ist er auch tot. Ah, geil. Ist er irgendwo noch? Ja. Boah, der Pumpgun. Kommt dran. Kommt dran. Schießt der Sound in der. Schießt der Sound in der Schraufflitte. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich verkleid mich jetzt. Ich verkleid mich jetzt. Aber schnell, Bro. Schießt den, was auf den Blumen. Jetzt hab ich nen Hut auch. Gut, jetzt sieht man nen Strich vor. Das weiß noch nicht. Entwaffen. Entwaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 da steckt sich denn! Ja, ich bin weg. Ich bin weg, Leute. Ihr seht mich gar nicht. Ihr seht mich überhaupt nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Hattet ihr die Luft aufgelöst, sagen Sie? Okay, die das auf der Jagd, gut. Okay. Okay, guck nicht hierher und eigentlich sollten sie mich am Hut erkennen, aber naja. Im Glück sind sie doch blöd. Gut, die gehen jetzt raus. So, jetzt warte mal ab. Okay, also raus mit Instinkt. Warum? Oh, ich bin auf mein Touchpad gekommen. Ich bin auf mein Touchpad gekommen. Tut mir leid, Leute. Leider hat trotzdem mal nach. Ahaha, Kuh. Kuh, 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 Kuh. Ey, der ist blöd, Kuh. Was ist denn jetzt? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, Bro. Ähm, ich kann mich nicht bewegen. Bewege ich auch nicht, verdammt. Hallo? Hallo? Oh, ich bin abgerutscht, sorry. Pass auf, wann der ist halt auch schon. Vorsichtig. Vielleicht hier ist keiner mehr drin. So, gibt's hier irgendeine andere Verkleidung? Ne, die haben sich so noch nicht gesehen. Das ist gut. Aber so auch nicht. Und das ist ein bisschen anders als... Stimmt. So ist besser vielleicht. Ja. Ne, Steuerung wird richtig halten. So. Okay. Also, Moment. Leute. Jetzt, äh, haben wir vielleicht für eine Sekunde Ruhe. Schönes Gewähle. Ähm. Ich glaub, ich brauch das jetzt gar nicht. Oh, doch. Ich brauch das jetzt mal. Upsi. Was ist denn jetzt hier? Ey, fiel mal da durch. Das war vorher zu. Das war vorher zu, aus Recht, ja. Was ist jetzt hier? Oh, da ist vor. Was passiert? Geh da rein, geh da rein. Hast du mich gesehen? Ne. Ne, haben sie nicht. Die sind ganz woanders. Ey, Leute, mal ganz ehrlich, was sollen wir denn jetzt machen? Ey, ich muss nur einmal ohne ins Ding rumlaufen. Oh, toll. Oh, toll. Da sind sie immer wieder im Zimmer. Ja, super. Da sind sie immer erstmal, aber dann hauen sie ab. Sie stellen sich auch krank vor deinem Schrank, aber dann gehen sie ab. Aber, ganz ehrlich, ich hab doch jetzt... Ich hab doch ne ganz andere... Ich brauch ne ganz andere Verkleidung. Ich darf mich nicht mehr als Ganova. Die sind klüger geworden. Warum sind die... Warte mal, vielleicht ist hier irgendwie noch ne Leiche oder so. Vom Tatort. Vielleicht hast du dich jetzt die Leiche, gleich nach der Ahnung. Schau dich mal um. Vielleicht gibt's auch irgendwo so nen Anzug oder so. Mhm. Die sind weg. Gut, weg. Boom! Oh, fuck. Okay, okay, okay. Eigentlich gibt's aber einiges, was du da nehmen kannst. Hier im Raum. Äh, äh... Ah, da geht's weiter. Okay. Pssst, warte, pssst. Wir sind an Silent Hunter. Guck mal hinter dir. Ganz kurz, guck mal die Beweisstücke da an, die da sind. Kannst du, glaub ich, nehmen. Echt? Ja, also laut Instinct haben die geleuchtet. Hier das zum Beispiel. Das hier? Pümpel und Mutterschlüssel ausdrücken. Ja, ich will... Doch, das wär vielleicht doch besser. So, Mutterschlüssel wegstecken. Brauch ich vielleicht später. Und Beweise gefälscht. So. Ist auch verbunden mit dem Pümpel umgebracht. Nicht mehr. Der Pümpelmörder. Der Pümpelmörder hat wieder zugeschlagen. Irgendwas hier? Da lag die Leiche wohl da unten. Da sieht man so. Was passiert, wenn ich hier bin? Öffnen, da ist glaub keiner. Gut, hast du die Absperren kaputt gemacht? Äh... Vorsicht. Da hat sich glaub ich jemand gesehen eben. Geh da rein. Feueralarm auslösen und dann vielleicht verstecken. Genau. Und dann? Ja, mach das mal. Dann hauen sie vielleicht alle ab. Versteckt ihr aber trotzdem zur Sicherheit. Und guck mal. So. Und dann mal spielen. Mal gucken was passiert. Na hallo. Feuer. Feuer. Dankeschön. Das ist richtig hart. Gut, das interessiert die jetzt gar nicht. Alles klar. Gut, dann nehm dich. So Leute, ihr seht mich hier durchs Gitter gar nicht. Deswegen geh ich jetzt einfach wieder hier rein. So, ohne hier zu drücken. Die suche ich aber immer noch. Das ist krass. Ja, ich brauche eine andere Verkleidung. Warte mal die Schubladen auf und guck, ob da was drin ist. Hitti. Und dann kannst du nicht einfach so einen Laken über den Kopf schmeißen und dann weißt du, ich bin ein Gespenst. Ja, ja, ja. Geister. Ein Weißbrot. Aber ich glaube, warte mal, aber mein Instinkt... Ich habe viele Leute getötet, deswegen habe ich jetzt viel Instinkt. Oh Gott. Moment. Ja. Ich kann grad gar nicht mehr. Ich kann grad gar nicht mehr. Der Balken wird gar nicht mehr. Ja, deswegen so. Guck mal. Heißt das Feueralarm hier das Symbol da unten? Ne, ne, ne. Das heißt einfach nur, es brennt nicht. Oh, oh. Jetzt haben sie mich trotz. Brennt. Instinkt weg. Lauf schneller. Wenn du den Instinkt weg machst. Mach Instinkt weg. Verdammt. Geh in den Schrank davor. Gut. Du kannst das mit dem Fenster machen, hab ich schon gesehen. Schön. Da war trotzdem vorher eine Prostituierte drin. Und ich werde schon beim Rumlaufen einfach erkannt. Das ist scheiße. Ich glaube, wir müssen echt... Er ist noch hier, sagen sie? Oder was sagen die? Ja, er ist noch hier. Das sagen sie immer. Das sagen sie immer. Es ist scheiße. Aber es würde vorher gesagt, dass es dumme Schläger sind. Ja, aber sie sind immer noch im Raum. Kannst du vergessen, oder? Ja, das ist ja... Doch! Die sind noch gut auf dem Radar, Bro. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht ob... Na, egal. So, jetzt gehen sie mir jetzt mit dem Rücken zu. Okay. Ist... Haha, ich wusste es doch. Aha, ihr Idioten! Hey, da war was. Ups! So, okay. Vorsichtig. Das Fenster ausreichend. Hier, du hast gesagt mit dem Fenster. Ja, hinter dir. Das Fenster hinter dir. Ja, neben dem Schrank. Neben dem Schrank. Genau, das da. Da war irgendwas. Durch Fenster klettern. Oh, das war jetzt hochklettern. Perfekt. Perfekt. Boah, Leute. Jetzt... Kann man da nicht irgendwie... Ja, kann man... Chip. Okay. Oh, das ist der Leiter. Wunderbar. Wehkante. Oh, jetzt geht's vorwärts, Leute. Endlich. Endlich geht's vorwärts. So. Das ist echt ein Assassine. Okay. War ein Fenster vorbeibewegen. Bloß nicht rein! Nee, eigentlich war... Da... 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 Wart mal. Ach, nö. Geht's nicht nach unten. Und nach oben. Nein. Ich geh mal durchs Fenster, vielleicht kannst du den einen rumholen, aber nicht rein. Vielleicht ist das nochmal... Durchs Fenster... Ich geh mal hier nach unten. Ich geh mal hier nach unten. Na, eigentlich... Da... Da... Oh... Ja, durchs Fenster. Ich glaube, du konntest du vorher nicht hin. Boah... Vielleicht, ey. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht. Äh... W. Was? W, oder? Nein. Jetzt. Jetzt. Ah, jetzt geht's nach oben. Okay. Gut. Ähm... Darf da stehen kannst du mal, wenn du da hochkriechen würdest? Kann ich nicht irgendwie mal da rein spähen? Ob da irgendwer da ist? Hallo, Freunde! Putz mal auf! Boah! Schnell schnappst du dir alle! Oh mein Gott! Hey... Ich hab nur unruhen. Du schlägst halt. Ja! Schnell für ein Nachlager! Was? Und das versteckt dich irgendwo... Oder geh aus dem Fenster. Pass auf den Fenster raus! Он zieht ihn aus dem Fenster, wenn er raus guckt. Perfekt. Und dann vergleißt du dich als Putzfrau. Wenn das geht... Das ist doch ne Scheiß-Nission! Kann ich dich irgendwie schießen? Nee, kann ich nicht. Da kann ich wahrscheinlich hier und... Ja, da schießt es die ganze Zeit, das ganze Spiel. Ja gut, dann... Warte mal, guck mal nach links. Vielleicht da ein Zentrum oder ein Dreifel. Warte mal, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich geh mal links... Irgendwo links hätte ich jetzt... Nee, dann sehe ich auch immer, dass es da irgendwo eine Tür ist. Das ist aber auch schon ein Universum. Gut Leute, dann... Da-da-da! Oh, aua! Er ist trotzdem noch getroffen. Ey, er läuft den Dinger entlang! Geh auch mal mit raus! Warte, geh nochmal zurück. Vielleicht... Muss ich da einsehe, der schonmal hier war. Vielleicht kommt doch noch ein Skelett. Okay... Ich will ja nicht zurück. Wo war ich denn ursprünglich da? Geh mal da rein. Nee, da warst du nicht so ein bisschen vorbei. Aber geh mal rein da. Gut, geh nochmal zurück, jetzt kannst du nochmal durchs Fenster gehen und dann hol dir die Putzfrau. Sie ist tot. Ja, ich meine einfach kleiden. Soll ich echt als Putzfrau fahren? Machen doch einfach mal! Ich finde das auch witzig. Los, geh einfach. Warte mal, ich hab gleich das. So, jetzt geht's zur Putzfrau. Gut, sie sind nicht im Raum. Geht zur Putzfrau? Geht zur Putzfrau? Nur, jetzt schlapp sie die Olle. Komm, schlepp. Wo ist... Schleppen? Oh, schade. Ja, geht nicht. Das klingt ja aber auch nicht so glücklich. Hat ja schon jeder gesehen jetzt. Jetzt hast du ihre Beine breitgemacht. Wo bin ich jetzt? Eigentlich. Ein Schuller. Feindliches Gebiet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist aber gut. Radio benutzen. Mutterschlüssel und Radio austauschen. Ey, Gott. Was bringt das alles? Radio benutzen. Soll ich mal Radio anmachen? Äh, leer nach unten klettern? Dann musst du ja etwas näher angehen irgendwie. Oh, nee. Ey, komm Leute. Ich hab keinen Plan. Echt. Schlüsselkarte. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist echt scheiße, ja. Ich brauch ne neue Verkleidung. Ach so, was ist die einzige Lösung für mich? Du musst alle platt machen und dann kiss. Fuck. Ja, kannst du mich mal an den? Du brauchst einen Fettzack. Okay, und wieder raus. Auf der Jagd? Gut, die zoomen dich jetzt nicht mehr so ab. Bald müssen auch ich mal den... Toll, wenn sie die Leichen sehen haben, obwohl... Verkleid mich. Nein, hau ihn kaputt. Aui, doch gut. Geht nicht. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Und da geht's ja ganz chill draußen. Ja, ich muss echt mal nachgucken wie man rennt. Sag was? Ich muss raus. 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 Leute. Habt ihr ne Ahnung? Ich hab langsam keine mehr. Ich nicht. Die Mission ist echt deutlich schwerer als die letzte. Also, wir versuchen die ganze Zeit hier unerkannt rumzukommen, aber die erkennen uns. Du hast ne Scheißverkleidung. Also ich wär fast dafür, wir machen die Mission ganz von vorne. Nein. Das liegt nicht hier in der Scheißverkleidung. Na komm, du bist mit deinem Geschiss drauf. Du bist mit ein ganz... Ich hab keine Muni mehr, ne? Ich hab noch ne Schuhe. Ohhhh. Hallo? Halt hier. Vier. Ich glaub das geht hier nicht. Geh einfach mal durch nach hinten. Und jetzt Rotflinte und jetzt... Gut, jetzt machst du platt, hast genug Muni für alle. Erstmal friedlich. So, und pass auf. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hier warten wir schon. Hier ist noch mal ne Chipkarte. Die... Die werd ich mir gleich einverleiben. Hm. Schön. Warum denn vorsichtig? Ich hab mir ne Scheiß-Chipkarte genommen in dem Raum, wo keiner ist. Ja, das war liebster. Freunde. Ja, okay. Hier kann ich nicht in Deckung gehen. Warte mal. Ey, ich knall gleich den ganzen Laden nieder, ne? Das ist mir echt langsam scheißegal. Willst du mal leer machen? An dem Automaten? Zuhm vorher jetzt auf. Mach es. Ups. Gut drückt. Markieren. Rechtsklick. Zum Ziel. Ah, jetzt. Ach so. Was machst du? Einmal. Zweimal. Okay, boah. Und keine Stink mehr. Haha. Ah, pass auf. Krass. Ah, okay. Der eine ist... Fick dich. Nachladen, Bro. Schieße. 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 Ducken. Keine Lynch-Action. Wow. Alter. Okay. Alter, ganz ehrlich. Jetzt hat er sich einfach um sich selbst geredet. Ey, diese Mission ist scheiße, Mann. Was suchst du nochmal? Dann lassen wir es. Ey, Mann. Du hast eine scheiß Verkleidung. Wir brauchen eine andere Verkleidung. Nein, das Spiel ist wie den einen. Wir müssen Hotel-Ja sein oder sowas. Oder irgendwas Unauffälliges. Wir können uns doch eigentlich bewegen. Ey, ganz ehrlich. Ich... Da ist noch ein Typ mit einer Krawatte und so. Auf den konzentrier' ich mich jetzt. Mach Instinct bitte jetzt die ganze Zeit. Ja, der kenne dich auf den Gang. Ja, ist da drin. So, um mir reicht das. Zimmer privat. Das wird nicht klappen. Wie reicht's? Ich probier's jetzt aus. So. Bumm. Jetzt. Im Schra... Schleppen? Ich kann nur schleppen? Kann ich mich nicht verkleiden? Nein, mach ich nicht. Ja. Gleiche gefunden. Wunderbar. Und du bist wieder da. Das guckt überhaupt nicht. Das wollte ich auch gar nicht loslassen. Das war ein Zivilist, Mann. So, und jetzt X. X. Hallo. Ich hab das hier nicht losgelassen. Ja. Lass das so rein. Kann ich noch mal probieren? Nein, wir machen es. Das war am Ende. Tschüss. Ey, Leute. Tut mir leid. Also, wir machen die Mission nochmal. Und wir sehen uns das nächste Mal an einer Stelle, wo wir noch nicht waren. Ehrlich. Das war ein kompletter Fail-Part. Tut mir echt leid. Das war... Sorry. Tschüssi. Ciao.